Er schrügelt im Anglitz seiner selbst und erschrödingert Okay, das nehme ich jetzt selber als Zitat auf Mann, Jerome, nimm mal meine Freundschaftsfrage an Wer will schon mit dir befreundet sein? Ich muss kurz annehmen Ich muss Keara, glaub ich, auch noch annehmen Wo ist, da ist, ähm, Laura, wo ist Laura? Laura, gar nicht in der Liste? Warte Eins, perfekt Blockieren, so Du hast einen Strich bekommen, Laura Ja Weil halt die Fresse Ja, selber schuld Jetzt hätte ich sagen müssen, ne? Ich komme nicht durch, what the fuck Wodurch Hier, packt man mir Ja, weil das die englische Treppe ist Und von hier, das bei der Seite, kommst du nicht hoch Wenn du hinter dich Ich bin innocent Ja, wahrscheinlich ist es geändert Ja, dann tötet er mich los Ich mach nichts Ach Hallo Ja, hallo Hey Ich hab' immer noch keine Waffe Auf mich wird geschossen Fresh Ich hab' auch richtig fett Aua Gibt aber auch keinen Punkt, dass ich die heilen kann Ich hab' noch 6 fucking HP Kaufe dir den Jugger noch Geil Warum nicht vor dem Ja, das kann ich Ich krieg das schon hin Uh Nee Jerome, was schließt du mich an? Du bist Einer der wenigen Ich hab' gar nichts gemacht Oh, komm Oh, die reden nicht Ich guck' nach, was er war Everte Ja Das weißt du jetzt woher? Ja, da war ne Links da ne Törtel im Leuchtturm Naja, dann seid ihr weder Was ist? Naja, ich hab' den Sidekicken gebracht Wer war Sidekick? Ach, der Dete Wieso hat der Dete mit dem Bumerang und dem Gigante ran? Außerdem Wieso konnte er sich nichts zum Heilen kaufen? Außerdem Ich hab' Ich dachte mir so, scheiße, warum sagt er das? Ach man, ey, Sade, du bist so schlau für das Spiel Tut mir leid Was ist denn du? Ich hab' mir noch geschrieben, hast du Heel? Fragezeichen Ach, hallo Ich bin wirklich runtergefallen Ich war ganz am Anfang der Runde AFK, wo ich noch gesagt habe, das nehme ich jetzt selber als Zitat auf Ich hab' natürlich absolut nichts mitbekommen und deswegen habe ich mich selbst auch so ein bisschen verraten Okay, du hast dich eigentlich nicht verraten Ich hab' mich halt nur wundert, wieso du nichts zum Heilen gekauft Ja, dann hat er gesagt, dass das, das schaffe ich schon, und so, da war ich schon klar Hm, warum schon was? Ja, ja, das Ding ist, als du gesagt hast, kauf dir doch Heel Äh, da, wo sie sich selbst Äh, Felix und Laura, Felix, Laura Felix ist Schakane und Laura Sidekick Ein hab' ich Laura lebt noch, Laura lebt noch, sie hat ne Golden Deagle btw Ich bin zu blitzig Das Wie du für dich selber wurdest, du Arsch Ja, natürlich Habe ich auch gemacht Äh, Felix, Laura hat noch ne Golden Deagle immer rum Felix, Felix, nee, nicht Felix, warte mal Nee, Alex, liegt immer ne Golden Deagle rum Ja, die ist immer noch leer Warum ist die leer? Ist ja dumm Nichts schlau Ich würd' ich halt jetzt sterbe Wo warst du? Okay Ma- Wer lebt noch? So viele? Felix, das war übrigens nicht ganz so schlau vor Den DT jemanden zum Sidekick zu schießen Okay, willst du nicht mit mir reden? Meine Fresse Mein putting Der Jerome wurde getötet Teherapodiert worden Inge that dick Ah, wo's Ok Bist du getrunken showed up To shit Ja, earning Was ist passiert? Ey, ohne Witz, mich hat die Hitbox so aufgeregt von diesem dreckigen Dach, ne, das kannste dir nicht vorstellen, wie sehr mich das aufreg Felix, warum? Ich hab' dich ohne Probleme geholt, Hiskie ohne probleme und hatebox und sagt so du nicht aha wenn sterben ha 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 alle bakЯ allauf alle fünf sekunden wechseln wir die wasch ich habe ich meine cool es geht gleich freches jackel recht wollte anschließen so unschlau oh ja wahrscheinlich komme ich dann an der piste nein nein das ist tot ich bin zwar gelöst wenn ich meinen ordentlich halten das wäre sehr nett ich habe ich bekommen das klang gerade so weit also ich hab den ich hab den ich merks aber früh ich dachte mir so hä warum wird er wiederbelebt ich dachte mir so auch er ist ja zu besonder genug ab wann kommt eigentlich der jester dazu der kann jederzeit dazu kommen auf sechs leuten aber sehr unwahrscheinlich oder ich glaube der hat nur noch ausgemacht oder irgendwie sowas ne der hat ne ach wohl doch schätze hat er ausgemacht der hat mir tell was macht das das ist der jester der jester ist noch drauf der mann du kannst die gleichen da brauchst du ihn nachgucken kennen wir ja schon ich kenne das eben nicht der hat mir täglich ja gut ey ey warum stell dich mal an die kanter dann zeige ich dir was richtig schubsen ist also wenn ich jetzt sterbe ist es hiskie ne komm ich sag den richtigen hasen wenn ich sterbe ist es hiskie er schubst mich und ich bin tot wie soll die musik packt mega bei mir ich hab doch gerade auch sicher kann ich dann aber ich bin unfällig böse ach ja das war übrigens von dir die rache für für die das eine nieder level crash oder bitte schreit was ich glaube ja nicht also ja ja ich weiß ich habe ihn auch hier runter geschoben habe gesagt ach so ach so so ich glaube jerome hat felix gesagt ich bin mir auch nicht sicher bin mir auch nicht sicher ich auch nicht ich bin im turm und langweilig ja genau ja jetzt hast du felix und du glaubt gut gemacht einer weniger ja es ist auch jetzt tot nö ich lebe ok felix ist tot laura schießt auf mich laura ist es wo ist denn laura ja im turm ja wahrscheinlich sind da irgendwie turtle meins noch ne ich habe jetzt nichts gesehen ja ich sehe eine direkt hier links neben der tür ja dann mach mal kaputt kann ich nicht ja jetzt doch lasst mich doch los die waffe wechseln nein ja alter jetzt warten müssen da war auch die turtle ja ich weiß ja egal ob sie stirbt oder nie ja aber laura wie die waffe gerade auch geschossen kam ja ich sitze da so warte ob einmal fliegt einem wie eine glock oder so einmal ja ich habe ich habe jetzt zwei pussys ne hier oben da ist noch einer kann man machen muss man jetzt aber nicht unbedingt aber okay so das heißt es geht oder felix ja dann ist es gewoll hinter mir cool richtig cool du richtig cooler jetzt gibt es gar gestorben wir hatten eigentlich gesagt dass waren bei den domenik possession gut die macht die einen auch getötet haben es geht der monik possession nicht domenik egal dominierter possession dominierte position alles klar obendrin fähig hast du ja ich glaube fehlen es ist jemand drin da unten ist er drinnen da unten ist er drinnen ja geh vor oh mein gott ja gar nicht nur sein guck ja die frau aber ich habe doch auch hallo nein ich muss dachten sorry wollte ich nicht an kann ich nicht auch jetzt da kommt felix wo bist du wie lucky war das ich komme nach unten direkt tot das ist vielleicht getroffen weil das der realität entspricht immer noch mal wasser was ist was bist du mein name wird schießt einfach auf mich nur ich schießt auf die tür schlimm genug ich habe so angst erziehung wohin zu gehen hilfe hallo las 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 es t nee ich bin so was von kein t jackel dann halt dann halt schengeltert es gibt es ist etwas ist mit hier wie kommst du darauf nicht reinkommen alles klar ich kümmere mich um den ja 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 tut mir leid er hat auf mich schon nicht einfach um auch nicht schon wieder die kammer nein felix hänge ich da gerade ernsthaft auf der laterne ja 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 dafür kann ich ja nichts will will ich vor lars angeklang geschossen werde ja klar aber warum ja menschen geben lassen ja man kann mich doch etwas so ach ja las werden werden noch was sowas als kill geil ich bin da oder gegangen er auf mich geschossen ja ich hab ich habe nicht auf dich geschossen ich meine auch ja ich meine ja ich meine aber nicht ja laura drucken danke wenn du das sagt es tocken und springen ich warte gehört worauf kam das haben wir gehört ja kommt gleich die uhrzeit ja eine aussicht wenig jahre kann man leicht erscheinen reicht auch man hört es wenn alle kommen sehen wollen dann wird es schöner gibt eine extra seite oder sowieso wird das schön fähig hast du da fahren mit 16 jährigen pornos oder was ja ich mag das ganz gerne die leute zu sehen mit denen ich spiele doofmann aber du selber sagst das ist ein doofmann bis dann habe ich damit keine schmerzen jetzt geht du bist du auch ein doof mann danke ja ist auch was ja hat er ja sehr halt auch die drei leute jetzt einfach kämpfen wo bist du weg auf dem baum zu dir ich habe nicht auf dich geschossen ich wurde mit dem attack forster angegriffen und wo wenn ich Ehrenmann! Ehrenmann, Hiski! Ehrenlos! Warum? Ja, richtig! Alle, die den letzten mit T-Waffen killen müssen, ehrenlos! Nö! Er hat den nicht gebraucht, also eigentlich ist er reingelaufen! Ja, das ist ja seine Schuld an! Ich bin gar nicht reingelaufen! Doch, als du rückwärts gelaufen bist! Nein, das hat mich sowieso erwischt! Ach, das war schön! Wie soll denn das Ding hinter dem Baumeister kommen? Die sollen das Ding hinter dem Baumeister kommen? Oh Mann! Was war noch mal so sick? Schieß mir deine Waffe, dann hörst du's! Sind die T-Skick gestorben oder so was? Nee, die T-Skick von ihr! An lol! Uff! 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 War mir jetzt schon wieder keiner mehr? Äh, Felix hat noch was gesagt! Ich hab's gesagt! Ich wurde angeschossen von Leleck! Ja, okay! Dann dürfen Leleck töten! Äh! Das wird scheißsaus! Jerm, du bist zur Weile, das oder? Was? Oh, dein Ernst! Wer ist da oben grad gestorben? Ich glaub das war... Ich hab Leleck getötet, der war nun! Und was wüsst du was, was hast du denn von der Rolle gehabt? Ey, nur! Also Leleck ist jetzt inno! Ja, dann Ei! Ja, toll! Danke! Danke! Dass du nicht weggegangen bist! Warte! Hab ich irgendwen mit meiner Platte getroffen? Wow! Das war noch dümmer! Ah! Okay, Lars ist wirklich inno! Es hat irgendwas in der Hand! Irgendwas dickes! Ja! Ne! Okay! Ja, er ist definitiv Tee! Ja, das ist ja definitiv! Wo ist er denn? Hinten? Keiner, der ist hier hinten irgendwie zum Sniper-Spottergang. Wo ist das einfach was? Da, diese kleine Insel! Ab ihn! Nein! Nein! Ja, fresh ist es doch noch ne? Und jetzt lasst du das? Kommst du darauf jetzt? Ah, es sind noch vier, zwei davon sind gestorben! Ach ne, Felix lebt wieder! Also, ich zieh nur drei Leute. Ja, sag ich doch! Also, ich zieh doch nur zwei Leute! Haha! Jetzt schon, ja! Ich kann es gar nicht zählen, na? Ja, ich hätte das. Ne, 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 das habe ich gesagt, bevor! Ja, ja, natürlich! Felix, alter übertretender Lage! Ja, besser ist gar nichts! Warten Sie mal im Datei! Wir machen jetzt folgendes Äh, äh, Lelec Äh Felix tanzt Felix tanzt Filsky oder Lelec, einer von beiden Ja dann, Filsky Wieso ich? Hä? Ja, weil ihr hier es nicht war Ich war es auch nicht Toll, und jetzt kommt natürlich das und ich habe eine komplett verschwommene Sicht Ich, ich mach nichts What the fuck, ich hab nichts gemacht, ich bin unschuldig Felix kann es bezeugen Man kann dann nicht Auch, also in der nächste Runde kann das bezeugen Seh nix Seh nix Ich, ja auch nix Ja, mit dem Unterschied, dass ich nen FOV minus 3 habe Warum schießt du auf mich? Das heißt auf deutsch Fof 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 Fächt 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 jp2 lassen lassen für diese aussage punkt aus fertig ich will ich möchte es ihr könnt euch unter den privat beleidigen das ist das mir so scheiß egal ob ich ein schrift bekomme dreck step also wenn es jetzt wirklich 100 prozent egal war und darum sich ernst meint dann wird es ein zurück setzt so tag ist wieder nur trägt der tag ich voll gerne das eigentlich kein stimmt ja du sagst doch was hat sich gerne und das war das was ja aber das was du gesagt auch ein bisschen schön krasser warum wenn ich jetzt angeschossen ich bin von der granate dreck step sag ich nur wegen der heiligen oberfälschchen okay wo bin ich wirst du da ist ein portal ja wieso bist du heute rum habe ich schon 50.000 lage sagt dann habe ich nie aufgefasst ja wenn du von der granate haben es alle mitbekommen diesmal bin ich sogar unschuldig wieso ich warst du das gerade nein also nein 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 alle leckeres leckeres leck warum ich habe ich weiß nicht warum der tag dass ich das sind dieses von jan er kriegt mich geht erst mal weg kommt wieder und sagt das macht sehr gerne ich mache es voll auf du tötest jemanden gehst weg dies wieder ist tot ja hilf mir mal nochmal nochmal die story dahinter kann eben also welche story nein ich bin gerade schlecht überklären mein kopf macht der party ja jetzt erzähl doch einfach worum geht es ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr wow man ah ja oh hello oh granate dreck da ist was explodiert ja also meistens ist es aber wirklich so dass ich jemanden töte da ist glaube ich ein trader explodet er ist schon oben ja wie trader hat eh keine chance guck jetzt geh ich töte jemanden und dann ähm komm ich jemanden oh fuck und auf einmal untersuche ich ihn weil ich nicht dran denke irgendwie was gehört zu haben und dann war er traiter er war echt traiter mein gott ah ich glaube ich muss aufhören ja wenn die web zeugen das sind auch zwei runden ich geh doch wieder mal mit meinem schatz geht hier ausspülen mit deinem was mit meinem schatz mit deinem schatz mit mir manager weiblich wenn ich meine schreck keine scheiß waffe ich will ich will ja ja lol was ist das denn auf demokratie ja was ist das ja ich bin zu weil hey warum ja warum ja was denn wenn du sagst hallo erst so weil wir löst also das ist jetzt das ist das ist jetzt echt asozial von euch ne war es vorher schon das war es vorher auch wieso laura st laura st ja ach es war ja vorher berechtigt dass wir dann einen traiter gemacht haben ne und so war ja tut er doch kannst du das mal hält was was ja nein doch doch ja sie ist ja leck 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 es hätte auch hallo ne aber leckle und drei und drei hier oben ich habe ihn mit der gauß getroffen ich hätte es random kann warum hat warum hat keiner auf felix reagiert wo the fuck ja okay keiner darauf reagiert darauf wie gerade ehrlich wie dem ich war dir gerade alle das ist ich habe wie viel ab und krieg ich den kraft ich habe nichts mehr da habe ihn hallo ich habe gekillt ich bin dann raus ah Lars du warst dran ach so cool ja dann ja dann danke fürs dabei sein und ja bis zum nächsten mal ne tschau tschüss tschüss a la la a la a Vielen Dank.